Mein Name ist Christoph Steinweg. Ich bin Fotograf und BFF Junior aus der Region NRW. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Branche. Ich habe damals drei Jahre Ausbildung gemacht, ganz klassisch assistiert. Dann habe ich vier Jahre festangestellt gearbeitet und bin jetzt seit knapp drei Jahren als freiberuflicher Fotograf unterwegs. Ich fotografiere eine ganz wilde Mischung aus Corporate, Lifestyle und Reportage. Das liegt glaube ich hauptsächlich daran, dass ich mich für so viele verschiedene Sachen interessiere. Ich finde es immer besonders schön, wenn ich für Kunden oder Agenturen deren Ideen eine visuelle Sprache verleihen darf. Also das Tollste ist eigentlich immer dieser Moment, wenn du auf dem Job, auf der Produktion stehst und der Kunde guckt dir über die Schulter und sagt, ja, Christ, genau so haben wir uns das vorgestellt. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in unserem Beruf meistens Werbung für irgendwas machen und ich finde es umso schöner, wenn ich Werbung für Dinge machen darf, die mir persönlich Spaß machen. Alles, was im Sportbereich stattfindet, spannende Kulturangebote, Ausstellungen. Fotografie ist für mich schon so was wie ein Traumberuf, weil man einfach immer neue Menschen kennenlernt, an neue Orte kommt und Menschen trifft, die man im normalen Leben niemals treffen würde. Und das insgesamt macht es irgendwie spannend und macht für mich den Reiz aus.